Mein Job ist Ihnen Freude zu schenken, Ihnen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern und Ihr Leben in ein Fest zu verwandeln. Mein Geheimnis ist jedes Detail durchzuplanen, von Mangettenknöpfen bis zur finalen Rede, da sitzt einfach alles. Ich stelle sicher, dass der Höhepunkt Ihres gemeinsamen Glücks zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Ich bin Ihr Moderator.